Yo, es ist mal wieder soweit, ne kleine Cypher, Maman Banjo, Fulda Bitch. Es ist auch Muslim am Start und für die Ladies hält Matteo noch paar Lieder parat und aus dem Schoß der Kochose zeigt, was Afro Body Party ist und wenn du nicht fragst, bleib ich vielleicht auch noch ein paar Bars für dich. Ja, Mann, so sieht's aus am 20. im Knuse, DJ Vito & Friends. Wir sehen uns da, ja. Ja! Prost, Gang! Okie dokie. Wenn ihr aber schon mal dabei seid, könnt ihr es vielleicht auch richtig machen. Ich bin wirklich dabei auf jeden Fall. Was ist denn die Scheibe hier? Jo. Diesmal ordentlich, ne? Jetzt kannst du die Mokka anmachen wieder. Naja, kasih. Ich brauch' dich noch mal eyelid. Ist sie fit? Wir sehen uns beim nächsten Mal.